Heute um 18.30 Uhr wird es auf Facebook.com slash WWE Sebastian Hackl und dem WWE Deutschland YouTube Kanal phänomenal. Nein, um AJ Styles geht es erst nächste Woche. Diese Woche sprechen wir über Cesaro, den Schweizer Supermann, unseren Landvogt. Ihr habt Fragen gestellt, ich habe ein paar Antworten parat bei Ask the Hackman um 18.30 Uhr. Wir haben ein Date, check it out.